Sebastian Brandt, Einsatzleiter der Feuerwehr Köln und wir sind als Feuerwehr- und Rettungsdienst heute um 16.21 Uhr zu einem Feuer mit Menschenrettung nach Köln-Meschelich alarmiert worden. Es gibt noch einen Parallelanblick an der Fassierber Treffe. Das ist richtig. Wir hatten im gegenüberliegenden Hochhaus ungefähr dreiviertel Stunde, Stunde nach Eintreffen eine weitere Feuermeldung im zwölften Obergeschoss. Wir haben dann einen zweiten Einsatz aufgemacht, konnten aber Kräfte aus einem Abschnitt des eigentlichen Feuers quasi abstellen. Die sind dann zur Brandbekämpfung vorgegangen. Im Endeffekt war das dann Fleisch im Topf. Das heißt, jemand hat sein Essen auf dem Herd vergessen. Das Feuer war ziemlich schnell in Gewalt und gelöscht und kein weiterer Schaden entstanden.